Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. So, wir befinden uns jetzt im Lager der Goblins. Und dann schauen wir uns hier einfach mal um. Unsere Goblin-Freundin, die wir befreit hatten, ist ja schon vorgerannt. Wir laufen erstmal da hoch. Die Zeit, Gribb will be on guard dealing, right, boss? Gribb couldn't guard his nose from his fingers. I said! Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then, there are three figures before you. An armored male elf exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon. And you will be worthy to stand beside them. In my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. The voice is quilled. The artifacts are doing. As a artifact untersuchen. The artifact possesses. It shows no sign of it now. Okay. Okay. Ah, ich bin falsch gelaufen. Wir müssen zurück. An die Kamera muss ich mich immer noch gewöhnen. Sind ich immer noch etwas umständlich? So, hier sind wir richtig. Oder? Ja. Das Goblinlager. Ah, das ist doch der Kollege aus den Druidenheim. Geist du Ash? The captives were many. Goblinkind had reduced them to cowering Filfenny. So, razeth your goblets and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul had led you collide. Du, weiter! Du, weiter! Mach was sie gesagt, jetzt! Wo war ich? Warte, ein bisschen! Ein Freund von deinem? Oh, das war nicht! Was machst du? Ich bin hier beschäftigt! Du schweigst! Du schweigst! Nein! Komm! Lass uns weitergehen! Droraxlin! 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 Du schweigst ihn! Ja! Können wir doch nichts dafür! So, wir wollen erst mal mit dem Chef hier reden, oder? Ja, komm, geben wir ihm eins. Was geben wir ihm? Ausgerüstet, ausgerüstet, das ist nicht ausgerüstet. Ja, komm. Ich glaube, das nächste Mal lassen wir ihn einfach mal hungern. Würde ja schon interessieren, was dann passiert. Vielleicht wird dir ja dann auch noch ein besserer Charakter wie der Vampir. Oder bekommt neue Fähigkeiten. Ja, das ist eine gute Frage. Woher weiß ich, dass nicht ihr das wahre Monster seid? Ah, da ist ja unsere Freundin. Ja, das ist eine gute Frage. 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 Das ist eine gute Frage. Was? Halt! Und sie wird mit Magik schockiert. Ordnere Slobs können es nicht sehen. Nur uns, die die absoluten folgen. Schockiert mit Magik? Vielleicht erklärt das die Möglichkeit, mit welchen diese Goblins zu true souls. Du bereit? Brace dich. Das wird sterben. Ja, komm, streck mir die Hand aus. Halt! Hold still! As pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She, too, carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the Goblin Priestess, receiving instruction from a handsome young man. One of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the Goblin Priestess in the temple once again. And you have bloods into you. A tide of shuddering ecstasy. Her tadfall nestles within that mania. Secure. Hidden. I feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. What? What? With the absolute will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. I don't want this lot interfering with true soul business. Oi! Priestess! We want the mark! Why do they think they're talking to a god? Yeah. Ain't we good enough for the abdo? No! 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 legt los. Ah. Muss ich die jetzt alle selber raustragen? Äh, gehen, bewegen. Right away. Still breathing, despite everything. Ready to clear your head? Smart. All you need to do is open. Don't want anyone peeping on private matters. There we go. Secret and safe. Well, secret. Psionic feelers creep across your mind like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Ja, komm, wir gestatten ihrs. Sifting deeper, she sees the mindflayer holding a wriggling tadpole to your eye. And then the vision lurches. And you are looking through her eyes, as a tadpole squirms into her skull. Houts! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. You won't regret this. Being a true soul, you know the Absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. Sweet dreams. I'll see your ugly mug on the other side. Wakey, wakey. Don't bother struggling. You ain't going nowhere. The Absolute wants to know all about that critter in your head. So start talking. So, hätten wir uns ja denken können, aber egal. Liar! We've both seen the monster that put it there and I know what happens next. If I set you free, you'll be sucking out my brains as soon as I turn... That creature's turning your brain into broth, boiling away your memories. Do you even know who you are anymore? Maybe that's what the creature wants you to think. It's gonna start eating your flesh too and eventually your skull will split and you'll cough up a mess of tentacles. Lice! I'm stronger than ever and I've got the absolute on my side. But you? You're on your own. Nothing more than a skin. You're gonna be my new pet. A ferocious test the weight of the chains. Looking for weak points. Uh, komm, lassen wir die Muskeln spielen. Und, was kommt? War ja klar. Okay, dann müssen wir eine andere Methode finden. Akrobatik? Och, komm schon! Kein Würfelglück. Oh, doch? Ne, Quatsch. war, schaut. Der schwarze Kain schießt durch die Arme, als die Kacke rauskommt. Die Kacke halten sich fest. Er hat uns nichts anderes übrig. Da kommt die alte Hexe schon wieder. Ja. Open your papers, freak. It's time. You should be spraying tentacles by now, but you're still the same kind of ugly you always was. Disappointing not to have my own squiddy, but your giblets will make for a tasty supper. Ha! Sorry. I may have left that a little late. No lasting damage, I hope. It's my master, you should thank. When you got yourself in this predicament, he sent me to help. You'll meet him soon and have a chance to show your gratitude. Super, dankeschön. Alles klar. Oh, was hat die denn alles? Ein Schlüssel zu einem Vorhängeschloss. Dankenschinder. Schlüssel der Priesterin. Wir nehmen einfach mal alles mit. Inventar ist ziemlich voll. Was ist das? X-Schild der absoluten. Ähm, aktuell benutzt keiner ein Schild. Verzauberung des ersten Grades. Lass dich selbst oder einen Verbündeten gegen verängstigt immun werden. Nö, brauchen wir nicht. Eine Kette. Gnade der absoluten. Wenn der Träger das mal der absoluten trägt, ist er bei Todesrettungswürfen im Vorteil. Okay. Das rüsten wir mal aus. Brandsiege Notiz. Der neugierige Druide, der wo hier herum geschnüffelt hat, ist nicht einfach nur irgendein Grabräuber und Abenteurer. Held nennt er sich hässlicher Namen für einen hässlichen Bastard. Hab ein paar Worte mit ihm gewechselt, bevor die Peitscher seinen haarigen Arsch in die Zwinger gesperrt haben. Er meinte, dass in uns drin irgendwas faulet. In mir drin. Er meinte, er kann was gegen die Fäulnis tun. Held sind es wieder druide den wir suchen. Glaube ich. So. Er ist auch tot. Voll immer. Was ist das? Felsspalte. Was ist das? Eine Steinscheibe. Ah, okay. Gibt es irgendwo einen Anhaltspunkt? wo ist was? Wo wurde jetzt was aufgedeckt? Ah, hier, Hebel. Erschlossen. Ah, hier sind Symbole drauf. Ein Was ist zu etta Wie ist Moment, hier habe ich vier Helle, hier habe ich vier Helle gehabt. Hier habe ich vier Helle, hier habe ich vier Helle, hier habe ich vier Helle. wir möchten einen anhaltspunkt lassen aber ich sehe hier nichts außer überall diese symbole an den säulen die sehen aber immer gleich aus machen mal die kerzen an irgendwas können wir hier auf jeden fall öffnen hier liegt noch eine ein silber teller schade ich dachte es wäre ein buch na gut wir merken uns diese stelle einfach mal und gehen jetzt erstmal zurück zu unseren freunden wenn wir eigentlich auch ja groß so So, wir laufen erstmal zusammen. So, mal schauen, ob wir mit der Gruppe hier noch was aufdecken können. Ein Hinweis oder so. So, mal schauen. Ah, lass mich in Ruhe. So, mal schauen, ob wir mit der Gruppe hier noch was aufdecken können. Wir werden wohl, oder wir werden bestimmt noch einen Hinweis irgendwo finden. Ah, hier ist das. Hier ist es. Zwei Augen. Mit Haste. Zwei Augen. 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 6, 7, 1, 2, 8. Ja, hier sind die Symbole abgebildet wieder oben, aber da fehlen die Augen. Und so wäre es genau in der Mitte. So ist es etwas versetzt. So ist es auch noch etwas versetzt. Und so ist es wieder genau in der Mitte. Hm. Erschlossen. Ah, wieso leuchtet diese Platte auf einmal? Oder will ich mir das jetzt gerade nur ein? Erschlossen. So Untertitelung des ZDF, 2020 Erschlossen Wir gehen mal weiter, so Wir gehen jetzt erstmal zum Chef vom Goblin-Lager Oh, hier ist noch was Komm, schlags kaputt Ja, wir brauchen wohl wieder ein Goblin Für da rein Oder ein Kind oder sowas Ja, wir brauchen wohl wieder ein Goblin-Lager Ja, wir brauchen wohl wieder ein Goblin-Lager A scrying eye Okay, let's not do anything suspicious while it's watching What are we waiting for? Speeders are sharp You have already Mistress It's me, your loyal servant Sazza I'm back And I bought a friend How thoughtful And where did you find this friend? They was in some rickety druid grove Mostly full of tieflings But them intruders you're after Were hiding out there I presume you dealt with my prey And massacred the rest Ah Well, the thing about that is They sort of massacred us This mug helped me escape, though I say we stick a few holes in her Show how grateful we are You feel a cold hand caress your mind As the drow repraises you Oh dear Your prisoner is one of the Absolute's favourites Sazza A true soul No, it can't be They was in the grove Hanging around with the tieflings Undercover, no doubt Carrying out the Absolute's will Oh, Sazza You have made a grave error And it will be your last My spiders are hungry, little one But before they feast Tell me where that grove is And I may yet Spare your life It's past the bridge To the east Big old gate Covered in ivy Don't hurt me, mistress Please I will not hurt you My spiders will have that pleasure No, I'm not up, I'm sorry But I didn't know who they were They didn't tell me nothing Ja, komm, wir brauchen die ja noch I'm trying to follow orders best I could Silence, wretch And remember You owe your miserable life to this one I won't cause any more trouble I swear Through sheer luck That pathetic worm Has brought me the information I need And it seems that the inhabitants of the grove Trust you We can use that against them You have a part to play In this slaughter Return to the grove When my raiding party approaches Throw open the gate And signal me The fate of the grove's inhabitants Hangs in the balance Killing the drow here would spare them But it might be better to face her warband At the grove itself On familiar ground On the other hand Participating in the slaughter as she asks May be the perfect way to earn her trust And access to the cult's inner circle Hmm Was tun wir, was tun wir Wir machen mal Wird erledigt 6-12 Schaden Nekrotisch 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 Loses eine goldene truhe was haben wir da schuhe schuhe hier linke blitzfüße haben wir ausgerüstet und das sind wasserfunkler wasser elektrifizieren wenn der träger beim kampf im wasser steht wird er elektrifiziert wasser funken wenn der träger seinen zug auf einem elektrifizierten oberfläche beginnt erhält er drei blitz ladung würde sagen die können wir unserem magier mal geben alles klar da ist auge da hau ab ich würde mich nicht mehr interessiert haben moment das wert dass wir bekommen können wir doch bestimmt unserem schurken ausrüsten was hat er da leitfaden des beobachters als alter charakter hier sechs bis neun sechs bis zwölf sehr schön und das hier wenn wir nicht ausrüsten ok tagebuch aktualisiert rette volo wo ist denn die klinik aber da steht sie ja doch auch bei mir pittin he's my keep him safe listen to him cool till i guess unreal some such what's it to you him nah hey he don't mind keeps him safe from me mates raids make him rabid then catch one on your own the mom glows but you feel nothing in response your elected power is beyond reach until you rest sehr schön oh Intelligenz minus 1 Punkt aber wir haben es noch geschafft so I should have turned him over to me to reply now but he's such a nice little pity oh yeah what oh oh hey Minthara don't give a cake what you think but just take him if you care so much see if he'll sing for the likes of you though that he think here's the key pigeons all yours sehr schön dann befreien wir mal den Quatschkopf look at this I'm quite saved a joy to see a familiar face in such a precarious setting I guarantee I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons what's a bit of metal between allies I'll do one better tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke and I'll offer much more than gold knowledge my friend is priceless an invisibility potion my friend a bit less refined than your mendacious method but my god it'll do the trick oh neuer begleiter na dann soon my friend soon we can share the flag of something liquid at a tale of daring doom I'll slip away when the coast is clear see you soon my friend I simply can't wait to pick your brain super so jetzt suchen wir mal den kleinen Goblin wieder würde sie nämlich die satzer satzer heißt sie gerne in meiner kuppe haben damit wir durch solche kleinen löcher gehen können mit ihr die kann ich jetzt nicht töten die 충ie Ich höre. Du hast es gut gemacht, mein Freund. Ich habe schon viel Geld gemacht, heute. Ich fühle mich sehr. Sie sind verrückt. Goblins verkaufen die besten Prisoner. Cheap, quiet, und bereit zu sein, als diese Leute verabschieden und zu den ihren Tauern, zu Moonrise Towers, zumindest. Keine Worte. Ich habe nur genug Schmuck-Powder die Verlust zehnmal über. Tür mit dem Mondausgang. Oh, oh, oh. Oh. Äh, können wir uns aber alles nicht so leisten. Ähm, 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 verkaufen. Was ist... Ähm, 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 ähm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, sie wird aggressiver Jawohl! Können wir bestimmt das Lager plündern, oder? Was verbirgt sich dahinter? Schade, ich brauche einen Schlüssel Ähm, was? Ne, kann eher Diebstahl machen Schade! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut gehen wir, oh, hier ist ja auch das Symbol Aint polite to stare, Wurmwalt If you ain't got the guts to get branded, clear off Oof, Priestess got you good That's a lovely bit of work Praise the absolute Greetings, child I've met few aside from goblins here You recognize the scourge This man is a follower of Leviator Goddess of pain Ah, are you also here to assist with the prisoner? I was invited to teach them some of my techniques I live for pain and its intricacies, you see But, alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive Pain without purpose is a terrible thing Wouldn't you agree? Yes, one who claims to be a master of pain Pain is intimate and loving But, trying to discuss that with these creatures Forgive me, but That look in your eyes Something terrible has happened to you Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one We've all suffered in these dark times It is little wonder You bear scars of pain and anguish Please, let me alleviate this pain Ja, und wie soll das funktionieren? As the maiden of pain The goddess Loviatar teaches us Through penance Administered by my Skilled hand My work can grant peace and serenity The likes of which Few experience It will be worth it I promise Your hide Your choice Not quite my cup of tea, though Oh I have something Exquisite in mind Both Loviatar and And should you delight her You will most assuredly receive Simply face the wall And we Was kenne ich das ausgepeitscht? Yes This will do nicely Boah, was hat denn der mit dem Knüppel vor? And let us begin, dear one Ah, hier Falsche Wand Alles klar Man Ah, Mann Chade Das war's. Komm, jetzt. Jetzt aber. Jetzt. Geht doch! Sweet child, while I enjoyed that, I'm afraid your reaction was... lacking. To gain Leviatar's favor, every single strike must be met with an honest cry of pain, or perhaps a touch of begging. Nevertheless, thank you. And I pray you've learned from today's little... lesson. Ah, schade. Your world has strange customs. Don't group me with the likes of them. True. You wouldn't have the grit. Take your... Take your... Need something? Yes. I must try this technique. Or perhaps... I must try this technique. Oi! That stays close! Another outsider! He he he! M- 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 Schu-Ga-Nalshu-Kok, O-Tai-Sho-Ke-K-Dos! I command you, corpse, speak, reveal truth to the Absolute! By Vlake's blade, a geich! Nothing. Must be reading it wrong. Schu-Ga-Nalshu-Kok! The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue, and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon, and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't another true soul... He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse. Speak and say sooth. Luke can ock! I'll call deck! Shul call kank! The hideous corpse rises, tentacles writhing. The creature from the wreckage. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the artifact you carry. Somehow, it's afraid. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the absolute clutches. Your heart ceases. Under questioning the creature might recognize you as its killer. Och, verdammt. Raxlin's mind resists your penetration. He speaks his first question. Talk to me, freak. Who killed you? The creature responds. Not in words, but memories. You see a clawed hand open a holding pod. Devoid of flesh. Only darkness. Damn it. That tells me nothing. The memory fades, and the corpse awaits the next question. Versuch Nummer 2. Haben wir Glück? Jawohl. Schön. Raxlin's thoughts royal. Then still. Your words will be his. You navigate carefully. With Raxlin's voice you ask. Who is the absolute? Raxlin frowns in confusion at a question he would never have asked. You see an image. Curved drow blades. Crude goblin torches. Null teeth. Dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. You're kidding me. Very helpful squid. Suspicion floods Raxlins mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Ähm. Was wollte der Mörder? What did the killer want? Visions consume you once more. A swarm of Githyanki dragon riders. Silver blades held high. Control panels melting. Fleshpods spilled open. Githen. The. Wait. Raxlin pierces your mind. Prodding for truth. You. You're no true soul. Ehm. Ne. Das haben wir nicht. Wir sind hier, äh, unheiliger. Versuchen wir es. Wir brauchen mindestens eine Öl. Sehr schön. I want this disrespect line down. I'm the boss. I'm the absolute right hand. Right hand. Huh? Sounds like words spreading. You're right. You're a real true soul. I felt it. The corpse collapses. Silent once more. No. No! I'm not done! Riddles! All of it! And nothing to show for the trouble, but rotting squid meat! No answers. No killer. And no damned weapon! A damned drow was right. Can't let her get all the glory. The raid started already. Let's hope she's in trouble and needs help. You! Get to the grove. Help the drow means thorough kill the lot. Well, don't just stand there. Erst, erst, möchte ich. Ah, da unten ist eine Spinne, mit der man reden kann. Spider seems poised to attack, but she hesitates, tapping her claws as if trying to communicate. The other spider echoes her. So, mindestens eine Zehn. Sehr schön. The spider relaxes slightly, but you feel her hunger and fear beneath the surface. She looks to the closed door, drooling. Ah, so, die Tür ist verschlossen. Ah, hier ist ein Höhleneingang. Okay. Unless you like big bristling hairy legs. But... Okay. 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 sind meine freunde oben das ist schlecht jetzt sind sie hier alles klar geschändeter tempel wo haben wir die fackel hier aber wir wären von da oben noch mal runter gekommen hier kommen wir jetzt wieder raus hier Hm. Hier können wir uns teleportieren. So, äh, jetzt sind wir hier und da hinten sind die Goblins. Ah, hier den Druiden, den gehen wir jetzt retten. Halscher Weg. So, äh, jetzt sind wir hier. Schuss, schuss, schuss. Ich bin wieder falsch gelaufen. Wäre schön, wenn man einen kleinen Pfeil hätte an seinem Kartensymbol, was man sieht, in welche Richtung man geht. Hier ist was, über mir. Oder unter mir. Hmm, kommen wir nicht da hoch. Ich bin hier in diesen neuen Pfeil, nicht wahr? Proper Stylist, nicht wahr? Nickt ihn aus diesem Dwarf wir kuchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ihn schon aus seinem Brüchern, als ich auf ihn hatte. Ich habe ein paar Worte in den Pfeil, und ein Pfeil. Aber das ist alles. Ich bin sicher, aber das ist alles, was du kriegst. Für alle, was ich weiß, ist der kleine Rost, was ein gewisser Bart. Und du sagst, in seinen letzten Worten, für eine schöne Rost. Die Mark glows, aber du fühlst nichts in response. Ihr Illithid-Power ist außerhalb der Beobachtung, bis du reststest. Die Mark glows, die Frau, die Frau, ist echt schön. Aber wenn die Mannen herausfinden, wie viel ich es Spaß habe, wird sie mir auf die Spitze gelegt. Wärmengedischt. 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 Ah, das hat doch was mit dem Rätfeld zu tun, was wir gefunden haben. Äh, Treppe unter dem Tempel. Wärmengedischt. 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 Oh, come on now. Hm, was ist das? Hä? Da hinten ist doch auch was. Wir haben voll super Kräfte. Okay. Das sieht aus wie so eine Platte unten. Oben der Vollmond. Unten das schwarze Loch. Halbmond. Halbmond. Okay. Haben wir Halbmonde gehabt? Nein. War noch alles nur so Vollmonde. Aber wir gehen nochmal schauen. So, gibt es hier noch etwas? Oh, Pfeil der Dunkelheit. Nehmen wir alles mit. Na, noch eine Truhe. Oh, er kann gar nicht so hoch springen. Hm, schlecht. Kannst mit ihr nicht öffnen. Jawohl, wir sacken komplette Fässer. Haben einfach eine magische überladen. Ähm. Ah, komm, die lassen wir. Ja. So, meine Freunde da draußen vor der Tür. Das habt ihr davon. Weil ihr mich nicht reingelassen habt. So, jetzt nochmal. Oben ist der Vollmond. Links, rechts Halbmond. Und unten der Wartepollmond. Gehen wir schauen. Aber da waren ja nur Vollmonde. Ähm. Da durch. Da durch. Da durch. Da durch. Da durch. Da durch. der zeigt mir hier ein ziel an war wohl die hier ok ja da kommen wir immer noch nicht rein jetzt haben wir hier auf jeden fall eine markierung was sind alles vollmonde und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Moment. So. Machen oben vier hin. Für voll. Da zwei, da zwei. Und hier keinen. So, das funktioniert ja. Also, ja, hier lassen wir leer. Oh nein, das funktioniert auch nicht. Ah, ich will doch da draufkriegen. Verdammt. So, der ist voll. Ja, hier. Das ist voll. verschlossen das gedicht verschlossen das gedicht eine reihe von sternphasen und monden sind darunter gezeichnet versuch es mal noch anders herum sehr schön irgendwie hat das nicht so viel mit dem bild oben zu tun aber egal oder ich hab's jetzt falsch im kopf mit den monden egal hauptsache die tür ist auf so was ist hier hoffe das hat sich jetzt gelohnt eine leiter eine ziemlich lange leiter ja und Ich würde viel lieber außerhalb sein, mit der Sonne auf meinem Kopf. Du hast nur nur versucht, dass der Sonne zu tolerieren, und du bist bereits nostalgisch. Wenn du... ...wennst du... ...dann du den Farben benutzt. Ich habe mich für meine Hand auf alles gelegt. Meine Truhe. Ah, die Tür ist zu. Ähm, Kollege, aufsperren. Oh, eine 20. Und wir bekommen... ...8 extra Punkte, also eine 12. Sehr schön. Oh. 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 15. Das sollten wir doch schaffen. Mindestens eine 7. Sehr schön. Läuft. Helm des Niederstreckens. Der Kind des Niederstrecken. Wenn du mit einem Niederstreckenzauber einen Zustand bewirkst, erhältst du eine... ...erhältst du temporäre Trefferpunkte in Höhe deines Charisma-Modifikators. Was? Okay. Das ist dann wohl eher was für ihn hier. Weil nicht. Ja. Ja. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Da ist was. Ich bin. Was ist das hier? Eine Reise zu redemten. Oder eine A road to damnation. Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Charmed, I'm sure. In more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Oh, where are we now? There. Middle of somewhere. The house of hope, where the tired come to rest, and the famished come to feed, lavishly. Go on. Partake. Enjoy your supper. After all, it might just be your last. Call it a ninth sense. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Oh. Come now. Why play hard to get, when you're in deep over your tadpolled head? One skull. Two tenants. And no solution in sight. I could fix it all like that. Oh, that's disappointing. I prefer it when my clients put up a fight. Only to realize victory was never an option. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Hmm. I'll be around. Watching you squirm like a tadpole. Through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms. Sundering skin. Dissolving guts. They haven't met. One might say. I'll be there. When it... Okay. All's well the ends. Not as bad as it could have. Heiltrang. 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 Hier. Ah, ein Wegpunkt entdeckt. Sehr schön. Und dann werden wir das jetzt hier beenden. Danke für's Zusehen. Und dann...